hast du nichts hässlicheres gefunden als diese verkappte betonauffahrt onkel naja du kannst in allem schlechten auch was gutes sehen und in der hässlichkeit liegt manchmal auch schönheit also und ist heute angesagt klappe halten spargelschälen tomatensalat satt vielleicht musiken handfeger nehmen aber unten leuchten feuchten lappen aber mehr nicht nein ist auf sonntag onkel ganze sonntags sachen machen klaro jawohl ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020